Jawoll! Jawoll! High Five, Sebastian! Direkt! In die Sonne! Aber hier! Kannst du dir nicht so drehen? Was? Ja, wow! Wow, ganz knapp hier! Alter, was ist das für ne Musik hier? Oh, fast! Ich immer... Immer was mit... Alter! Ja, moin! Oh! Ich hab ja vorher geguckt! Hallo! Hallo! Nein! Mach da doch auf! Mach kotzt doch, Alter! Heuleise! Heuleise! Sag mal! Ja, komm hör doch auf! Ja! Ach! Arsch, was? Ja, hallo! Alter! Hör doch auf! Entschuldigung! Du bist nicht der Erste! Ah! Hey, scheiß doch die... Ja, cool! Toll! Ja, ich bin auch nicht besser! Ja, ich hab auch das Letzte! Ja, ich hab auch das Letzte gerade jetzt! Ah! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Bisszt es! Noch ein Stück! Rrrr! Halt! Oh, Tals! Ooooooh! Öoooooh! Oh, oh! Oh, oh! Ja, tschüss! Ach, verdammt. Oh. Wow. Äh. Wow, Sally. Moin. Oha. Sally. Wahrscheinlich so ein Ding aus dem Stuhl. Oha. Oha. Ja, das war gut. Na herrlich. Äh. Ja. Ich hab versucht zu boosten. Ne, ist nicht. Ey. Toll. Ach, Marie hat geschummelt. Tschöööö. Mach ich das. Ah. Hört doch. Ja, ab in die scheiße runde Sonne. Ja, tschüss. Die runde Sonne. Die runde Sonne. Lauter jetzt. Ach, Annie. Komm, Annie, du bist schaust. Du bist schau. Also, hallo. Sei froh, dass die Flippers nicht angehen, was? Naja, komm. Auf. Die flippern immer noch rum, ey. Was? Oh, so ein Flipper wär auch was voll cooles. Oh, ja. Ja. Oder wir müssten mal irgendwas zusammenfinden, wo wir mal richtig geil sein können. Ja, cool. Hör auf, der ist schon die ganze Zeit... Was? 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 Ich sag euch jetzt schon, das sind zwar nur 5 Kilometer, die wir am Samstag fahren, aber das werden die längsten 5 Kilometer eures Lebens. Glaub ich dir sogar? Ich würd so gut gehen. Das geht, die sind am Arsch. Moin. Oha! Was heißt da für eine geile Mugel im Hintergrund? Ähm. Fein. Ja, wow. Tschüss. Okay, ich flieg mal ins Wasser. Ach, ja doch auch. Ja, cool. Moin. Servus. Ja. Ich bin's. Ich bin's die Heilung. Warte. Ich bin die Heilung. Ah, ja. Ja, okay. Alles klar. Hat ja gut geklappt. Seit Mut. Nein! 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 Eingeschult! Ja! Das hab ich jetzt aber mal überhört! Ja, solltest du ja auch! Ja! Das hab ich jetzt aber mal überhört! Was? Was? Hä, ich war doch drin! Manni, ist mir voll frech gerade. Ich bin gar nicht frech! Was soll das? Das aggressivste direktes... Fake-Löcher! Bats! So, Pidi Flash! Moin! Pidi Flash! Herzlich Willkommen In the Loch Party! In the Loch Party! In the Loch Party! Ich wurde hier hingeschleppt. In des Katastrophenvereins. Die sind alle Büroartikel. Oh Gott. Abteilung zur Steuerberater und Finanzamt, oder? Nee, Locher. Oh, Alter. Jo, Jan, jo. Er hat noch jemand gemacht, Jan. Oh, scht. Endlich, wie war ich gelocht, hä? Das ist jetzt auch schwierig. Ich bin gelocht. Alter. Ich tränke es so und der fängt damit ein. Oh, schön. Ja, moin. Oh, tschüss. Ah, komm, hör doch auf. Oha, das ist ja der kleine Muckel. Na, schaffst du es nicht über die Kante? Nee. Dieses leise Wimmern. Na, schaffst du das so. Ich will doch nicht. Nom, 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 nom. Name, Name, Name. Ich hab das mal über Google übersetzen lassen. Ja, mao. Danke für den Schuss. Da kam einfach nur Name, Name, Name bei raus. Das ist ja der kleine Muckel. 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 weil sie sagt, ein Vogel. Ja, ohne Witz, das ist so ein japanischer Papagei von so einem YouTuber. Und wenn du das denn hörst, dann lass dich kaputt, ey. Okay. Also soweit neben Schalk darf ich auch nicht. Ich hatte ja auch mal Papageien und ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es sehr, sehr unbehaltsam ist. Nee, das war gut. Ja. Was hattet ihr da für eine Sorte von Papageien? Alter, komm doch. Zwei Gelbhaumenkakadu, ein Weißhaumenkakadu und zwei Graupapageien. Ach ja. Da war ja wirklich Alarm dann, ey. Ey, aber komm, weg mit der Gigi. Boah, Alter, drei zweite Plätze. Ja, drei Plätze, ööö. Öö, öö, ole, ole. Hör doch auf. Hör doch auf. Was soll das? Hör doch auf. Frech. Öö. Ja, tschüss, Jan. Wir müssen ja alle zusammen in Real Life Minigolf spielen gehen. Oh Gott, nein. Oh Gott, hör auf. Doch, doch, doch. Was in der Doppel-Tinensivstation? Ich glaube, wir uns gegenseitig, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, wie viel Krankenwagen soll vorbeikommen? Ja. Alle. Alle verfügbaren. Wie viel Krankenwagen sollen wir schicken? Ja. Ganz deutsch. Schickt das THW, schickt die Feuerwehr, alles, was ihr da habt. Direkt den ganzen Buß. Buß. Ey, da, wir brauchen ein paar Scher-Ganzer-Erste-Hilfe-Bus. Wir brauchen der erste-erste-erste-Hilfe-Bus. Golf, nein. In Speedy-Golfen-Land. Es bekloppen sich ein paar so Menschen. Und wo sollen wir hin? Da, wo es brennt. Ab 14. Wo brennt es? Da geht's? Da geht's ein paar Bier und ein Würstel mit. So. Doch, seht, bei Minigolf seh ich uns. Oh, ey. Möchtest du es wirklich anton, Anni? Möchtest du es wirklich anton? Vielleicht kommst du einfach so mit einer Gruppe von 30 Leuten auf dem Minigolfplatz. Ja, genau. Die freuen sich. Oh, ja. Das gibt gute Einnahmen. Nee, Golf nicht, Seely. Golf ist... ...schuss nicht. Nein. Wässer nicht. Das gibt's nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Golf hab ich auch schon stark aus. Es muss brennen. Also, meinst du, wenn du schlechte Witze lesen willst, dann mach Ausrufezeichen. Random oder Quote. Ja, Bits haben mich ja schlecht, aber egal. Aber macht nichts. 30 Leute werden das eine, 30 von uns das andere. Ach, Seely, und was ist mit Bowling spielen im Sommer, wenn ich bei dir bin? Oha, Max lebt einen. Bowling, äh. Äh, äh, äh. Oh, Bowling wäre geil, Alter. Mach schon lange nicht mitgespielt. Max darf nicht mitkommen. Hä, warum? Weil der uns alles zieht. Alles zieht uns immer ab. Du reißt mir gerade das Herz raus. Oha. Boah, Anni, wie kannst du nur, ey? Oha. Wie kannst du nur? Wie kannst du so liebe los? Wie kannst du mir nur Bowling verweigern? Das, das, nee. Bowling ist ein Leben. Ja. Wenn du nach Baden-Württemberg fährst. Okay, Seely hat gesagt, wenn du nach Baden-Württemberg fährst. Ja, easy. Dann macht er noch irgendwann Abstecher in den Europapark. Ja. Äh. Und vier Euro los. Ja, boing. Ach so, Petitfisch hat früher mal Schweizer Weißnaft gespielt. Ach, Europa-Park und Volantica bitte auch. Und alles drin. Volantica weiß ich nicht. Ööö. Kostet die Welt. Kostet die Welt. Man muss es ja auch mal gönnen. Ach, komm, her drauf. Ist er wieder. Der Birdie. Der Birdie-Fuchs. Der Birdie-Fuchs. Jeder trefft sich. Max macht ihr bei euch, äh, entschuldige. Max macht ihr bei euch dann auch so Disco-Bohlen? Ja. Freitag und Samstag. Oder auch noch so mit Spielen mit dabei? Ja, Formel-1-Bowling und, äh, noch so andere Minispiele. Und dann kannst du halt immer eine Runde Cocktails oder eine Flasche Sekt für deine Bahnen gewinnen. Oh, ne. Läuft da auch die rote Sonde von Barbara los? Also ich sag mal so, ich kann das DJ-Pult bedienen. Oh, nein. Alles klar, einfach Dauerschleich. Okay, vergiss, was ich sagen wollte. Wir gehen da nicht her. Ja. Übernächstes Wort. Ach, nee, da kann ich ja nicht. Nächstes Volant. Machen wir mal Bowling bei Max. Bei den. Wo? Oh, wow. Merk, ich seh dich nicht, wo bist du denn? Ich springe hier rum. Keine Ahnung. Mach mal deine Landesscheinwerfer an. Doch, mir hat das Beet gefallen. Die Bibel-Lock. Ich bin's doch, die Haltung. Was Lacoste? Ah, spielt keine Rolle. Ja, 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 fast. Bowling-Kugel mit Minigolf-Schläger spielen. Oha. Oder wir müssen Tower United Bowling spielen. Ist ja auch geil. Ja, da sowieso. Ja, Tower United müssen wir auch nochmal einwerfen. Ja, das sollten wir auch mal. Und dann mal alle richtig Bowling spielen. Und Dachparty machen. Ja, Dachparty. Ja, da wär ich dabei, Alter. Das war voll eskaliert, ey. Das war so bereut, dass er ausgemacht hat, ey. Das glaub ich dir. Das war so gut. Oh ja, David's ja im String gesehen, der war so gut. Da hab ich's glaub noch gar nicht gehabt. Gold, wir lachen immer. War schön. Ah, wir wissen echt was. Wenn dann irgendwelche Leute hochkommen zu der... Ja, von Leuten, die keinen Paner von haben, was überhaupt geht. Ja. Und gar kein Deutsch spielen und auf einmal läuft der Schlager. Oder unter die rote Sonne. Nein. Das wird dann nicht laufen. Ich weiß, dass Max oder Mac das auf jeden Fall hinzufügen würden. Das ist doch so, was wir nie machen, ne? Max, das können wir nie machen. Nee, nee, nee. Nein, ihr doch nicht. Wir sind doch rücksichtsvoll. Ja, ja, klar. Nichts. Ja, ja, sicher. Das hab ich gemerkt. Aber wir sind echt mal öfters wieder vollzocken. Das ist ja echt ja jetzt Zeit. Bin ich für, so in der Konstellation, öfters mal zocken? Ja. Und quatschen. Mal so gelegentlich mal zusammen zocken. Einfach mal so ein bisschen Gesprächen. Reicht doch. Nein, gar nicht. Siehst du, Celi? Celi ist auf meiner Seite. Ja, die ist immer auf deiner Seite. Hat sie auch zu sein. Boah. Celi kommt auf unsere Seite. Drill Sergeant Annie. Jetzt hast du nichts von mir. Bäm. Celi würde mich niemals hintergehen. Niemals. Jeder hat seinen Preis. Genau. Aber nicht Celi. Nein. Hör doch auf. Celi. Was? Was? Ich bin eher ernst. Wow, wegheißen 40 Punkte. Das Ding würde mich doch verarschen. Gelegentlich zocken und gespräche die neue Erfindung. Ja. Was? Ja. Was? 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 Ach, hör doch auf, komm. Ey! Komm, häng ich jetzt so fast. Ach, ist das falsch. Ey, Thomas. Jawoll, ey. Scheiße. Er bögt jetzt mal. Also könnte ich morgen eigentlich mal im Büro jeden Kollegen begrüßen, der morgens kommt und so, komm morgen, ähm. Okay, mach doch. Aber das Muschtat so laut schreit, dass es jeder mitkriegt, boisch. Sowieso. Du Muschtat so reinhauen und dann sagen, good morning, oder? What? Der hat selbst das Mikro aufgegeben. Ja. Ich geh halt, ich geh morgens auf die Arbeit immer rein, dann sag ich immer Moin und dann, dann war's das für mich. Oh Gott. Was? Da ist er wieder, der Hund. Wer ist unser Hund? Nein. Nein. Da. Zu tief im Rachen, dass ein Mikro. Oh. Boah, das war knapp. Sowie und da sind cole. Ich hab's ja jetzt. Sag mal, Sealy, wenn wir Toeeseeinigt spielen, ne? Da musst du auch mitspielen. Der hat ja viel Pläne gespielt. Ja, TTT kommt auch nochmal irgendwann drin. Doch, Zilli. Ey, nö. Muss ja nicht reden. Was? Einfach mitspielen reicht. Nein! Doch! Ach komm. Nein, doch. Nö. So Kai, moin. Doch. Der Kai ist da. Booster. Booster. Oh. Oh Mann, ist das dumm manchmal. Was ist das denn? Jedes Mal, wenn jemand reinkommt, immer. Ach, Feli, ich blamier mich da auch ständig, also. Genau. Geht ja hier um Spaß und nicht um Professionalität. Nein. Das ist ganz weit weg. Mach halt so die Knauze. Ja. Hättest mich vorher sagen, dass das Spaß geht nicht um Professionalität. Ja. Ja. Echt, Mann, hat nicht mehr keine Mühe gegeben. Ja. Sowas, ne? Ja. Doch hoffentlich. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020